Hallo ihr Lieben, das ist ein eines meiner vielen Ethik- und Moral-Dumping-Videos und nur, dass wir uns nicht falsch verstehen, auch ich freue mich über eine Welt, in der wir uns ganz überwiegend prosozial und vor allem zuverlässig prosozial verhalten. Wenn ich also über Ethik- und Moral-Dumping rede, rede ich nicht darüber, dass ich eine unmoralische Welt will, sondern ich bezweifle, dass der Weg, wie wir es angehen, funktioniert. Also sozusagen, meine These ist, wir bewegen uns in einer bereits derzeit in einer Moral- und Ethik-Dumping-Welt, weil wir die Mechanismen von Ethik- und Moral-Dumping nicht wahrhaben wollen, wie sie in Wirklichkeit funktionieren und Wege wählen, die nicht funktionieren. Dazu gehört, das wird aber nicht Thema dieses Videos sein, dass wir penetrant ignorieren, dass also antisoziale Verhaltensweisen Wettbewerbsvorteile bieten und zwar so stabil, dass sie sogar sich teilweise ausbreiten und stabilisieren können. Also sozusagen, wenn du, Kurzfassung, dein kleines Nachwuchswesen, deinen kleinen Menschen oder deine kleinen Menschen, die du beim Aufwachsen begleitest, darin unterstützt, dass sie, ich sag's jetzt mal bewusst so, freundliche, prosoziale Wesen bleiben, dann tust du in dieser Erziehung dazu beitragen, dass diese Menschen später im Leben Wettbewerbsnachteile haben. Und das ist beobachtbar und das ist auch gut erforscht, warum das so ist und dass es so ist. Wir wollen das aber nicht wahrhaben. Also auf eine gewisse Weise, wenn ich es jetzt ganz platt und überspitzt sage, ist Freundlichkeit und Kooperativität eine Fehlanpassung an diese Gesellschaft, wie sie derzeit ist. Ja, also du arbeitest dann hart in der Familie dran, dass Leute Verhaltensweisen stabilisieren, ja, also stabil haben als Haltung, als sogenannte Hexes, so haben es die Griechen mal genannt, als Grundhaltung oder als Tugend, ja. Und genau weil dein kleines Nachwuchsmenschlein dann das erwirbt, hat es später im Leben große Vorteile. Manchmal sagen wir, nichts geht so schlecht weg wie eine gute Erziehung. Und ich habe viele solche Menschen getroffen und die sind dann häufig sehr frustriert und auch fast zynisch, weil sie eben erleben, dass das, was ihnen da antrainiert worden ist in der Kindheit, ihnen in der Realität des Erwachsenenlebens viele, viele Nachteile bringt. Das heißt, sie verhalten sich prosozial, die anderen tun es nicht. Und was dann steigt, ist der Frust und der Frust und der Frust und teilweise über Jahrzehnte. Und teilweise 60-Jährige, die immer noch an ihrer guten Erziehung von aus der Kindheit leiden. So viel habe ich ganz viele getroffen im Coaching. Also da haben wir dann gearbeitet an der etwas Flexibilisierung ihrer eigenen Ethik. Da habe ich dann wirklich Moraldumping betrieben, aber weil das dieser Mensch verlangt hat, also mit Auftrag. Nicht, weil das mein Film ist oder so, sondern es war einfach so, der Mensch hat gelitten, gelitten, gelitten. Meistens im beruflichen Kontext, aber oft auch im familiären Kontext. Und hat es dann irgendwann satt zu leiden. Und dann haben wir also versucht, die gute Erziehung im Rahmen des Möglichen etwas lockerer zu machen. Also mach dich mal locker und häng mal bestimmte Prinzipien nicht ganz so hoch. Das ist eine Realität in unserer Gesellschaft. Das wollen aber viele nicht wahrhaben. Aber das ist, wie gesagt, nicht Thema dieses Videos. Es gibt Studien dazu, ja, also gerade zum Thema Reichtum. Wie wird man reich? Wie erhält man Reichtum? Wie erwirbt man Reichtum? Und nichts davon hat mit Freundlichkeit und Nettigkeit zu tun. Das ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen. Aber wir ignorieren halt diese Forschung lieber, weil sie echt unangenehm ist für uns alle. So, das ist nicht Thema. Thema ist hier was anderes. Und zwar nochmal die begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Und ich werde es jetzt nochmal ganz drastisch überspitzt sagen. Und so überspitzt, dass es natürlich Widerspruch auslöst. Aber auch diesen Widerspruch kann man sich dann ja mal genauer anschauen. Wie valide ist der denn? Ich will behaupten, der Mensch ist nicht ein Wesen, das dafür gemacht ist, sowas zu haben wie Ziele und Vorhaben. Also zum Beispiel ein dümmerer Slogan als Zeit für Ziele ist kaum denkbar, wenn man die Natur des Menschen versteht, wenn man Anthropologie versteht. Warum? Also, wir leben ja in einer komplexen, vielschichtigen, differenzierten Welt. Also es ist ja so, ich habe hier übrigens, ich habe gerade das Fenster offen, bin zu faul aufzustehen. Übrigens, dieses ganze Video ist ein großer Witz. Ich will dieses Video schon seit Tagen machen, kann mich aber nicht dazu aufraffen. Also sozusagen, das Video bestätigt sich in seiner Problematizität intern selber. Und da kann man natürlich sagen, ja, du hast Disziplinprobleme. Mein Thema ist, alle Menschen haben Disziplinprobleme. Und dass wir sie haben und warum wir sie haben, ist gut erklärbar und ist sehr menschlich. Also, der Punkt ist, wir leben in einer Welt voller Dinge, die wir tun könnten. Also sozusagen die ganze Zeit, die ganze Welt ist eine sozusagen vielschichtige Aufforderung an uns. Die ganze Zeit, tu dieses, tu das, tu jenes nicht, tu dieses nicht. Und jedes Ja zu einer Sache ist ein Nein zu Millionen anderer Dinge, die wir im gleichen Zeitpunkt auch tun könnten stattdessen. Wir leben in einer Multioptionswelt aus der Sicht des einzelnen Individuums. So, wenn du jetzt sowas hast wie Vorsätze, die klassischen Neujahrsvorsätze, oder du willst ein besserer Mensch werden, oder du hast erkannt, diese eine Sache, die machst du echt schlecht, die ist echt schlecht für die Menschheit, echt schlecht für die Gesellschaft und jetzt willst du sie ändern. Dann ist nicht das Problem, dass das ein dummer Impuls wäre. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du nicht erkennst, dass du das nicht durchhalten wirst. Warum nicht? Weil eben dieser Moment, in dem du darauf fokussiert bist, vorüber geht. Und dann werden andere, anderer Fokus in dein Bewusstsein kommen. Und das ist eben das, was Ziele, Vorhaben eigentlich sind. Ja, also du hast ein Ziel, du hast ein Vorhaben. Du hast es in einem Moment, aber im nächsten Moment hast du ja einen anderen Fokus. Also du praktisch, du antizipierst etwas absolut Antizipierbares, nämlich, dass dieser Moment vorbeigeht, indem du darauf fokussiert bist. Und natürlich kann man das ritualisieren. Also die sinnvollste Art, Ziele zu leben, ist zum Beispiel, Zeit zu blocken und eine Gewohnheit draus zu machen. So wie das viele Leute im Sport tun. Immer morgens gehst du joggen. Immer morgens machst du deine Gymnastikübungen, deine Yogaübungen, deine Qigongübungen, deine irgendwas. Du ritualisierst das oder du machst das also am festen Zeitpunkt in der Woche des Tages. Das funktioniert einigermaßen, weil dann der Rhythmus des Körpers, der eigentlich bestimmt, das anfängt zu unterstützen. Also so kann man Selbstdisziplin, die dann eigentlich keine Selbstdisziplin ist, sondern eigentlich eher die Etablierung von Gewohnheiten, kann man machen. Man macht das halt immer auf die Kosten von anderen und der Anreiz, davon abzugehen, wird immer groß sein in unserer Welt. Das wird nicht weggehen. Also sozusagen jegliches zielorientierte Vorgehen wird die ganze Zeit gechallenged durch Anreize anderer Art, andere Dinge zu tun. Und das ist ein stabiler Zustand. Also jegliches zielorientierte Vorhaben, jegliche Unternehmung ist gechallenged durch zahlreiche, zahlreiche Dinge, die man auch tun könnte. Und wo die natürliche menschliche Neigung wäre, ihnen nachzugehen. Und das heißt, Ziele einhalten, Vorhaben umsetzen können eigentlich nur Leute mit einer starken Fixierung. Also die sehr fixiert sind auf was. Jetzt können wir uns überlegen, was ist denn eine starke Fixierung, psychologisch gesehen? Aus meiner Sicht geht die aus Traumata hervor. Das heißt, zielorientierte Menschen sind traumatisierte Menschen, so sehen wir das aber nicht. Wir sehen Selbstdisziplin als was Gutes an. Der psychisch gesunde Mensch ist aber nicht traumatisiert und deswegen auch zu zielorientierten Vorgehen gar nicht fähig. Also genau umgekehrt. Und das ist auch das, was die meisten Erziehungen machen. Sie traumatisieren Kinder. Durch die Traumatisierung werden die Kinder dann fähig, zielorientiert vorzugehen. Und das feiern wir ab. Also eigentlich, was wir abfeiern, ist psychische Verletzungen. Viele Formen von Erziehung sind psychische Verletzungen faktisch, aber es sind sozusagen gesellschaftlich gewollte, gesellschaftlich geduldete oder sogar gesellschaftlich geforderte Traumatisierungen von Kindern. Die Kinder befähigen danach, zielorientiert vorzugehen und zum Beispiel, was weiß ich, immer ihre Hausaufgaben zu machen. Weil zum Beispiel das, was passiert, wenn sie schlechte Noten schreiben, so furchtbar ist für die Kinder, dass sie jetzt wirklich einen Grund haben, sich diszipliniert hinzusetzen und Hausaufgaben zu machen. Und das sind in der Regel das Furchtbare sind die erwartbaren, stabilen Reaktionen der Erwachsenen, die selber traumatisiert sind und deswegen so mit Noten umgehen. Also wir haben zum Beispiel ein Kind zu Hause, das ist nicht notentraumatisiert. Ist bisher irgendwie durch die Schule durchgekommen. Wir wissen nicht wie und die Noten sind meistens furchtbar, aber es ist uns egal. Wir sind entspannt. Das war ein langer Weg, aber wir sind entspannt. Heute zum Beispiel haben wir Fälle von, wir feiern Vierer ab gemeinsam. Wir würden immer sagen, das machst du auf gar keinen Fall, du feierst doch keine Vierer ab. Doch, abfeiern ist zu viel, aber mit dem sie wohlwollend zur Kenntnis. Wir reden auch drüber, wie sie zustande kamen, so ganz entspannt, aber der Druck ist nicht da, die Traumatisierung ist nicht da. Und natürlich kriegen wir dadurch ein Kind, das also unfähig ist zu zielorientierten Vorgehen, das aber nicht unfähig ist zu gewohnheitsmäßigen Vorgehen. Also zum Beispiel, was er derzeit hat, ist, er trainiert ganz viel, warum auch immer. Ich habe das nie getan. Warum er dazu fähig ist, ist mir ein Rätsel, ist aber so. Aus sich selbst heraus hat er jetzt entdeckt, dass er mit seinen Best Buddies und auch ohne seine Best Buddies regelmäßig irgendwelche Sachen trainiert, hat er von ganz alleine angefangen. Also Erziehung ist da nicht dahinter, weil ich mache es nicht. Also ich bin kein Vorbild. Ich habe ihn auch nie dazu angehalten und trotzdem tut er es. Ich komme jetzt zu sagen, jetzt kommt es wahrscheinlich aus der Peer Group. Das ist sehr wahrscheinlich, was ja auch viele Eltern so nicht wahrhaben wollen, ist, sehr, sehr früh im Leben ihres Kindes wird die Peer Group wichtiger als sie. Das ist halt so. Also es heißt, parasitär, weil wir es als Eltern nicht bringen, zehren wir jetzt praktisch von der Erziehung anderer, also der Erzogenheit anderer Kinder, die von ihren Eltern traumatisiert worden sind. Wir kriegen das aber Kraft der Traumatisierung der anderen ohne Traumatisierung hin. Ist das nicht geil? Also ich kann das nur empfehlen. Das ist ein parasitäres Abgreifen von Superstrategien. Nee, Quatsch. Die Wahrheit ist, es ist nicht nötig. Also Traumatisierung von Kindern ist nicht nötig, wird aber von den meisten Erwachsenen nicht gesehen. Die meisten Erwachsenen traumatisieren die Kinder und wollen sie so auf den rechten Weg führen. Ja, kann man machen. Kann man aber auch lassen und sich die Ergebnisse anschauen. Wir haben es gewagt, es weitestgehend zu lassen und ich muss sagen, die Ergebnisse sind wunderbar. Ich bin jeden Tag extrem stolz auf meinen Sohn. In jeder Hinsicht. Und das ganz ohne ihn zu irgendwas angehalten zu haben. Ja, also Angaben ohne Gewehr. Ihr könnt das nicht überprüfen. Ihr könnt es glauben oder nicht glauben. Es ist ja euer Leben. Es ist euer Risiko. Wenn ihr Kinder habt, ist es alles irreversibel, was ihr da tut. Ja, also es ist so, das ist das wahre Leben. Also du tust Dinge, die du nicht mehr zurücknehmen kannst. Und das ist also wirklich eine unternehmerische, irreversible Entscheidung unter Risikohandeln, unter Risikoentscheidung als Eltern. Wie agierst du mit deinen Kindern? Und also die meisten sind zu feige, nicht zu erziehen. Die meisten sind zu ängstlich, um nichts zu erziehen. Weil das Motiv der Eltern ist ganz eindeutig Angst. Das kann man spüren, das kann man sehen, das kann man riechen, das kann man schmecken, das kann man fühlen. Das kann man hören, das ist auf jeder Sinneswahrnehmungsebene nachvollziehbar, dass die meisten Menschen ihre eigenen Kinder aus Angst traumatisieren, weil sie glauben, dass sie sonst in dieser Gesellschaft nicht funktionieren würden. Und wahrscheinlich haben sie sogar recht, aber es spricht halt gegen diese Gesellschaft, so wie sie ist. So, ja, also der Mensch ist nicht für diese Gesellschaft gemacht, wie sie ist. Wir können sie aber auch nicht ändern. Sie ist, wie sie ist. Und letztlich besteht sie ja darin, wir haben unendlich, unzählige, und das hört bis zum Tod nicht auf, Triggerpunkte, Anreizpunkte. Die Gewalt ist für den Menschen ein einziges, die ganze Zeit, mach mich, mach mich, mach mich, Ding. Alles ruft die ganze Zeit, mach mich. Und du musst deinen Weg durch diese ganzen Mach-michs finden, mit dem es dir einigermaßen gut geht und halt auch den dir unmittelbar nahestehenden Menschen. Und wenn wir politisch denken, natürlich der Menschheit insgesamt, aber so weit denken ja die meisten nicht. Dass sie sozusagen die Menschheit, die Existenz von über 8 Milliarden Wesen einpreisen in ihre Lebenspraxis. Wie könnte man auch? So, also was wir einpreisen können, ist, wie geht es mir und wie geht es den Menschen unmittelbar um mich herum? Geht es den Leuten gut? Geht es den Leuten nicht gut? Geht es mir gut? Geht es mir nicht gut? Und wie reagiere ich darauf? Und es gibt also Menschen, die darauf so reagieren, dass sie versuchen, Ziele zu etablieren in ihrem Leben, die sie dann verteidigen, ja, gegen die ganzen Anreize, die in die ganze Zeit kommen. Und da ist immer die Frage, woher kommt denn die Kraft, woher kommt die Kraft dieses Sich-Verteidigens gegen die Anreize? Woher kommt die Selbstdisziplin eigentlich? Und hier die steile These, sie kommt aus Traumatisierungen. Ohne Traumatisierung ist Selbstdisziplin nicht zu erwerben. Und dann werden viele sagen, ja, das ist es wert. Also sozusagen, vielleicht ist Traumatisierung oder bestimmte Traumatisierung ja gar nicht so schlecht. Bestimmte Verletzungen sind gar nicht so schlecht. Bestimmte psychische Verletzungen müssen sein, weil sonst erlernt dieses kleine menschliche Wesen ja nie Selbstdisziplin. Ja, so, das ist so die eine Richtung. Und die andere Richtung sagt, nee, es geht ohne. Also, es gibt ja auch glücklicherweise noch sowas wie Gewohnheiten. Und Gewohnheiten lassen sich auch erwerben ohne Selbstdisziplin und ohne Traumatisierungen, die dahinter immer stehen. Also, manche werden das auch bestreiten, dass man Selbstdisziplin nur durch Traumatisierungen erwirbt. Aber das erscheint mir psychologisch nicht sonderlich aufgeklärt zu sein. Psychologisch ist das nicht sonderlich glaubwürdig oder valide bei näherer Hinsicht. Und die Leute, also die extreme Fixierungen haben zum Beispiel, ich will unbedingt reich werden, ich will unbedingt mächtig werden, ich will unbedingt, sind alle traumatisiert, ganz offensichtlich. Die haben schwere Verletzungen erlitten in der Kindheit. Und nur deswegen sind sie so. Deswegen können sie das überhaupt durchhalten. Und ich will unbedingt X erreichen. Auch im Spitzensport häufig bemerkbar. Es ist ja nicht so, also jetzt mal, Entschuldigung, den Breitensport mal wirklich rausgelassen. Also so, Leute machen was für sich und so. Aber Leute, die wirklich Leistungssport machen, die da was werden wollen, da musst du dir selber so viele Dinge antun, wo immer die Frage ist, woher kommt denn wirklich das Motiv dafür? Ist das wirklich die reine Freude am eigenen Körper und an der körperlichen Betätigung? Weil da kommt in der Regel ein Punkt, wo der Körper dir sagt, hör auf damit. Dabei über diesen Punkt musst du ja drüber, um im Leistungssportbereich andere zu übertoppen. Und deswegen hast du dann viele Sportler, die dann ziemlich kaputte Körper haben mit 40. Leistungssportler. Die sind halt über alle Grenzen drüber gegangen. Und dann ist ja die Frage, wo haben sie die psychische Energie, wo haben sie die Motivation, die emotionale Motivation eigentlich hergenommen, um über diese physischen Grenzen drüber zu gehen, wo halt der Schmerz kommt, wo der beständige Schmerz kommt, weswegen auch viele halt dann Schmerzmittel nehmen müssen die ganze Zeit, um da weitermachen zu können. Ja, und der Anreiz ist natürlich ein Traumatisierungsanreiz. Du musst, ich bin nur dann was wert, wenn ich der Beste bin. Ja, weil da sind viele andere Gute. Und die musst du ja nochmal übertoppen im Leistungssportbereich. Und wie machst du denn das? Psychische Energie, das geht nur über Traumatisierung. Also man kann kleine Wesen traumatisieren und sie dadurch zur Leistung antreiben. Das ist, was viele machen. Ich habe das auf vielen, als unser Sohn noch klein war, auf vielen Sportplätzen dieser Welt andere Väter zu tun sehen. Und das war ein Horror. Also ich habe Väter, auch nicht mal im Verein, ja, auf ganz normalen Spielplätzen, da ist die Wiese und die Kinder spielen und die Väter sind am Rand oder spielen mit. Und dann sagen diese Väter zu ihren kleinen Söhnen, meistens sind es nämlich Söhne, leider, mach dieses, wie es mit Töchtern läuft, weiß ich nicht, ich wege mich immer in der Söhne-Welt, weil ich halt zufällig einen Sohn habe. Dann sagen diese Väter zu ihren Söhnen Sachen, die eindeutig traumatisierend sind für die Söhne. Und heizen das damit an und treiben sie damit an. Und lustigerweise, viele dieser Väter haben selber Leistungssport gemacht früher. Sie geben das Muster also weiter. Und das ist der Horror. Und die Söhne verhalten sich danach auch, zum Beispiel wenn du Fußball mit denen spielst, absolut arschlochhaft. Also sie erwerben Arschlochverhaltensweise, sie sind super unausgeglichen, psychisch absolut nicht im Lot, aufgrund des Agierens der Väter. Und wahrscheinlich auch oft dann auch der Mütter, aber das kriege ich weniger mit. Ja, so, können wir machen. Kann man machen, ist aber halt scheiße. Und ist aber in unserer Gesellschaft, wird das hoch angesehen. Das Antrainieren von Selbstdisziplin, weil dann ist man ja im Leben erfolgreicher. Ja, da kann man nur sagen, vielleicht ist es auch manchmal gut, auf den Erfolg zu scheißen. Vielleicht. Ich meine, jeder lebt dieses Leben nur einmal und auf eigenes Risiko. Man kann sich an meine wohlfeilen, billigen Ratschläge halten oder man kann diese Leistungspraxis halt weitermachen. Ja, und man kann ein disziplinloser Geselle werden wie ich oder man kann weiter an die Leistungsversprechen dieser Gesellschaft glauben und reihenweise die Menschen traumatisieren und retraumatisieren und immer weiter traumatisieren und dann sich wundern, warum so viele Menschen so viele große psychische Probleme haben und auch viele körperlich so kaputt sind. Schon mit 40, mit 50. Und dann natürlich Kompensationsstrategien wählen. Also Leute, die permanent leiden, brauchen immer Kompensationsstrategien. Die Leute tun dann erstmal primär nicht deswegen dumme Dinge, weil sie diese dumme Dinge tun würden, sondern weil sie sie brauchen, um sich selber wieder ins Lot zu bringen. Also Süchte aller Art, ja. Sind eigentlich Kompensationsstrategien für Leute, die halt vorher schon Dinge getan haben, die halt extreme Schmerzen die ganze Zeit hervorrufen. Physisch wie psychisch. Und dann brauchst du was zum Ausgleich. Und so kommt das, die Ausbreitung von Suchtverhalten aller Art in unserer Gesellschaft. Traumatisierte Menschen, die um ihr psychisches Gleichgewicht ringen und dann lustige, andere fixierte Strategien entwickeln, um dieses Gleichgewicht eine Zeit lang herzustellen, bis es dann halt wie bei jeder Sucht nicht mehr funktioniert. Jede Sucht ist endlich. Entweder sie führt zum Tod oder sie führt in so tiefe Krisen hinein, dass man dann anfängt, sich grundlegendere Gedanken über das eigene Leben zu machen. Ceterum Censio, Isonomia am Esse Sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politie, die Demokratie gelost werden muss.